Freunde, es ist wieder soweit. Wir spielen heute den FNCS Skin Cup zusammen mit Lechi. Ihr feiert dieses Duo, deswegen habe ich Lechi gefragt, ob wir zusammen spielen. Wir spielen den Skin Cup. Wir müssen unter die besten, glaube ich, 1300 kommen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein Cup sein, wo wir W-Killen müssen, Pressuren müssen, denn es wird nicht so einfach. Vergesst auf keinen Fall, dem Video hier ein Like aufzulassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren, falls ihr diese Cups feiert auf unserem Kanal. Jetzt würde ich sagen, wir gehen rein. Let's go. Abfahrt. Hier sind die Ehren-Supporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sie sich was mit dem Code AlbiVB im Alpeshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Habt ihr den besten Drop auf oben? Ich bin eh unten gelandet. Ja, nice, nice, nice. Ich habe den besten Drop auf oben. Hinter mir sind nämlich genau noch einen, aber den habe ich, glaube ich, den habe ich, den habe ich sauf. Ah, äh, Black Screen. Oh mein Gott, ich bin rausgetappt. Oh mein Gott, ist das, ja, das ist ein Freekill halt gewesen. Wo ist der? Ja, das ist ein Unbeginn, was? Ja, dann habe ich... Oh mein Gott. Es kann nicht sein, wie viel Pech kann man haben. Nachdem? Nice. Geht der hin? Geht das denn schon? Sehen Sie in die Toilette? Streckt. Nice. Oh, hier ist jemand. Ich habe die Zuflöne vielleicht rot, ne? Ich komme, ich komme, ich komme. Ich probiere so schnell wie möglich mit dem Jumper zu kommen. Ja, also mir geht es nicht so gut. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich bleibe mich. Oh, was soll ich jetzt überhaupt nichts machen? Ach Junge, ich habe den nicht gesehen, Digga. Äh, die... Ich werde da gar nicht mal hingehen. Nicht? Sind die gut? Ne, ich habe es sprained die ganze Zeit. Die sind voll, die links, die links. Wo? Da war der eben. Du kannst zu meiner Karte gehen, der ist gerade weggelaufen. Aber wo siehst du Sachen, die ich nie sehe? Ich bin halt ein Nerd. Ja, ist gut. Ich war auch super weit weg, ich war einfach bei der Insel noch. Ja, ich dachte, er wird jetzt nie mit hinlaufen, weil es nie passiert ist. Aber ich bin auf dem Low-Kill-Wing gehen, glaube ich. Mhm. Würdest du sagen, dass wenn man jetzt nicht so ein extrem krasser Double-Key-Spieler ist, würdest du sagen, dass einfach überleben auch schon, man in einem Cup sehr, sehr weit kommen kann? Weil Placements einfach gut geben oder hängt das auch ein bisschen vom Cup ab? Halt komplett vom Cup ab, aber ich glaube, also wenn du komplett gut, also wenn du geist, kannst du ein Flacement-Twist, also du brauchst da theoretisch erste Runde, musst du halt trotzdem irgendwie, ähm, musst halt irgendwie mindestens so ein 10-Kill-Wing haben, machen können, weil, also wenn du 5 Wins hintereinander holst, bist du halt schon gecoilt, aber Pilz spielen halt irgendwie eine Rolle. Ja, ja, klar. Ich finde, es kommt drauf an, um ehrlich zu sein, aber ich finde, Kilz spielen ist schon wichtig. Ich habe mal in einem Cup 4 Wins gehabt, in einem 2-Cash-Kack-4-Wins, ich habe nicht gecoilt. Als ob. Die sind unten am Box-Falten. Okay, ich bin da. Ja, kann vielleicht ein Headshot snipen. Von oben noch einer. Gibt es hier einen? Ich habe den Cup 5, ja. Ich will nicht viel wuchsen, was macht der? Ja, ich jump den, ich jump ein. Nee, kann nicht, kann nicht. 100. Nice. Ja, ich habe einen 100. Mein Wall, ist der dead? Ja, der meint es ernst. Ich merke es. Alles gut, ich meinte auch eins. Ja, ein. Oh nein. Ja, ist das. Ja, 88. Ich kann klettern. Nice, das war, glaube ich, das beste Team. Du kannst, warte mal, ich gebe dir mal das Medaillon hier. Vielleicht liegt unten nämlich noch die AR, falls du die willst, also bei dem Loot vom anderen. Halt genau neben uns, kann ich einen Headshot snipen, maybe? 120. Er hat mich auch sniped, respect. 130, cool box. Nice, nice. Hast du, oder? Ja, 60, ich habe ihn dead. Nice, stark. Ah, der andere ist der noch, warte. Ja, bei mir. Wenn er aufmacht, ist er dead. 120. Was? Er ist genau da, wo ich hinstraye. 20, ich habe ihn. Happy, happy. Nice, nice. Oh, ich wurde dir halt. Boah, double sniping, bestimmt cringe. Oh, Headshot snip. Nice. Gucken wir drauf, oder nicht? Wir können nicht franen, aber den Finishing. Okay. Den ist mal ein Kweiber, die ganze Zeit drauf. Lass, ich rotiere, ja. Längst, längst. Läschi. Oh, ich habe ihn nochmal gesnabt, denselben. Nice. Das ist aber bitter. Zauber sind dann so und das kriegt er wohl nicht mehr. 120 auf einen. Nochmal 120. Ey, Läschi, ich gehe da drauf. Die sind beide 120 sniped. Ich habe meinen Finishing, ganz kurz geholt. Was machen die hier? Das kriegt einer. Stärk ist zwar wenigstens. Geil. Ich finde, das war ziemlich legit, was ich gerade gemacht habe. 120 sniped auf einen? Hast du gesagt? Ich habe gesagt, du bist ja voll gut geschmeißen. Vielleicht hätte ich das besser. Headshot sniped. Ja, ja, macht Spaß. Oh, 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 ich bin 1-Shot. Ich komme, ich komme, ich komme. 120. Weil ich spade ihn für cringe. Headshot sniped. Headshot sniped. Oder einfach. Ja, okay. Mit mich gucken die anderen. Ja, lass mal ein Headgehen. Dass sie irgendwie nicht zu viel gefühlt machen. Toll. Ja, krass. Ich bin echt ein Magnet, ne. Hast du völlig white? Äh, ne. Ich habe nur noch eine Beere. Mach den Pressure einfach. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, über mir sind halt jetzt auch zwei. Ich habe keine Blitz mehr. Oh, lass mal jumpen. Ich bin so tot, ne. Ja, ich bin so tot. Deswegen geht es gar nicht gut. Oh, ich habe hier nicht die Golds. Nice, 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 nice. Weiß ich. Ähm. Also warum? Ich habe keine Blitz. Ja, ja. Komm rein hier, zu mir. Ich bin... Warte, warte. Ich kann den zwei Headshots hängen. Nein! Ich bin so schlecht. Okay, one, we do. Du hast das Ding. Der ist hier runtergefallen. Der hat keine Blitz mehr. Ah, ne. Hat er. Nice, du hast ihn. Okay, one, 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 one. Uh. Verdeck. Ich glaube, ich hatte keinen im Netz mehr. Ich bin tot wahrscheinlich, ne. Ah. Äh, Junge, äh. Boah, ich brauche unbedingt eine Dreischuss, Digga. Sonst wird das nix. Bleib in Zone einfach. Hätte ich geteilt. Hey, Mann. Ne, sie sind unten, unten hier. Hier hat sie auf einen. Nice. Lass sie aber... Lass sie holen, weil ich... Die werden... Also wir brauchen eine Lutee. Weil ich hab ne... Also ich hab keine Pump, aber ich kann echt gut Damage machen. Ich hab den... One HP, one HP. Dead, einer? Nice. Ähm. Ich hab ihn... 50. Ja, ich kann... Ich kann direkt drauf droppen. Also nicht... Einfach gegen filmen, das ist okay. Aber warte mal, ich bleib aufm Berg drauf. Bis hier unten. Äh, da warst du halt? Hä? Hab ihn, hab er da. Wer da? Der kommt von hinten. Pas auf. 118, 118. 15. Die machen... So hins den Sidejumps und so. Äh, 50 auf Ende. Fullbox. Digga, was mach ich denn da? Ich lass mich so dumm fullboxen. Heeeey, Digga, diese Waffen, ne? Echt, diese Hau sind so schlecht gerade. Ich kann damit nicht spielen. Das ist bei mir wirklich so... 1... 1 Sekunde delayed. Fully choked. Also ich hab mich so dumm vor die Wall gestellt. Das war krass. Also die holen irgendwie? Oder sind es beide? Ja, es sind beide oben drauf. Aber ich kann halt legit nichts machen. Also... So laggy. Ich mach mal was ganz wildes. Ja, passt. Kommt ihr überhaupt an? Oh, 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 oh. 40, 40. Ab mit dem Knock. Nice. Digga, als ob es das springt. Ich hab den. Nice, stark, stark, stark. Das war ein wichtiger Play, du. Digga, so random vor allem. Oh, warte. Neben mir selbst. Echt? Ja, genau am Stein hier. Ja, genau am Stein hier. Ich weiß nicht, wo der Mate ist, ne? Ja, ich hab auch Angst. Der Mate kommt von der Seite. Ich weiß, wo er ist. Der ist im Busch. Der ist im Busch. Der ist im Busch. Das ist im Busch. Ja. Das ist 80er Bein. Ich jump den einfach? Ja. Er ist recht. 49 White? Was finde ich? 84. Ja, mein... Bro, also ich kann nicht. In meiner Box. Ich fiff. Bro, also die Servers sind echt unglaublich, ne? Er ist One Shot drin, ne hier. Ich kann keine Wand halten, das kann doch nicht schützen. Nice. Der andere war, da ist eine Banane hinter dir, die kannst du poppen. Komm noch ein 7. Oh mein Gott, das ist auf der Seine World. Also ich kann wirklich nichts machen, ne? Also ich meine das wirklich ernst. Also wenn halt wirklich mit mir gerade gar nichts. Ich kann, das ist einfach ein komplett anderes Spiel gerade. Ich glaube, ich höffte einfach einen Blitzschrein. Mach das. Ich habe einen Nock. Was? Ja, ich habe einen Dandel ist 80 weit. Man ist am Pfuden, wirft ein paar Blitze rein, Nock während dessen jemanden. Perfekt. 44. Hinter mir, hinter mir. Aber wir gehen weg, alles gut. Also die haben Mythic Pump, das Team. 100. Nice, nice. Der Dandel hat die Mythic. 100 auf einen. Nein. Interessant, nice. Die haben ihn gekillt. Aber es ist clever. Oh, ich bin fast geschafft. Ja, diese Frauen, da war wieder so viel. Es ist so krass, also warum boxen denn so viele in diesem Cup? Ich weiß auch nicht, Mann. Ich weiß nicht, ob wir die fighten sollen, ne? Ja, die haben den Mythic Pump. Ich habe meine Fullbox, komm her. Okay, okay. Dann ist wieder raus. Und meine Wall. Fullbox, 100. Nice, Fullbox. Ich weiß nicht, mein Gott. Nein. Ist raus, ist raus, ist raus. Alles gut. Ob die Wandeltäne. Ich habe oben. 100. Nice. Nimm mich in die Pump, gib mir die Lieder, ne? Wow, also das ist ja wirklich unglaublich, wie Space die machen. Das war, also das ist ja wirklich geisteskrank. Ja, ne, komm mal, hier out of zone mit Holzboxen. Lass die holen da. Ja, ne, der ist immer noch hin. Der ist, der ist er. Der snipet jetzt. Ich glaube, ich gehe aber rein. Ja, perfekt, super. So, ja, Mann. Komm wieder, ich geh wieder auf mich, ich bin Sniper. Muss aufpassen, kurz. Wurde auch snipet, Bro, also. Bruder, ich wurde wieder snipet. Hä? Was geht denn ab, Digga? Ich glaube, ich wisse, das wisse. Warte, ich muss holen, ich muss holen. Fisse einfach, du. Ja, dann. Okay, dann hol dir du. Ich geh einfach durch. Geh aber direkt nach rechts hin. Ja. Ja, ich. Äh, 80 auf einem. Was? Drei Sekunden sauen, wir müssen eigentlich hoch jetzt. Ja, ich gehe hoch. Und er eine 70? Ja, das ist nicht die ganze Zeit. Ich jump den jetzt. 71, 71, 71. Come on. Nice. Lade durch 85. 25, halt. Ich bin der Box. Happy Foodbox. Ja, die sind irgendwie alle besser als wir. Ja. Ich glaube, ich gehe alles. Haben wir einfach keinen Lack mehr, dass wir das haben. Alles Pukas. Ich weiß auch nicht, aber das ist schon krass. Ich meine, Sniper vielleicht? Red. Nein, Schack. Nein, geh weg. Nein, bitte weg. Bitte weg. Nein, er geht's. Ich scham auf den. Ja, der sollte auch low sein, maybe. Achso, ne. Du fightest einen anderen. Ja, ich meine den da hinten. Aber alles gut. Wir können beide holen. Die sind beide Solos, glaube ich. Ah, ne. Das ist ein Duo. Das ist ein Duo. Kann ich von denen trainen? 33? Hast du irgendwie Heels? Werd danach? Oh, nice. Beide dead? Nice. Und? Oh, oh, oh mein Gott. Warte, ich muss kurz ziehen. Du musst du... Du musst Wazen rein, ne? Ich mach gerade. Warte, ich... Ich kann fissen. Die Mann kommt da rein. Ja. Du musst reloaden alles. Wir müssen auf einen, auf einen jumpen, ne? Warte, warte, ich fiss kurz. Okay, okay, er ist da raus. Er ist auf einen raus. In meiner Box. 100. Set. Nice, Shark. Okay, ich kann nicht bauen. Was ist das denn für ein Quatsch hier? Ja. Alles gut. Ich level, ich level, ich level. Keine Ahnung. Was ist bei mir hier? Jump den. 100. 1 Spiel, 1 Spiel. 1, 1, wirklich. 1, 1, wirklich. Bro, was sind das denn alles für fucking Goats in diesen Lobbys, Alter? Dicke, wir sind noch Top 10.000 gegen das. Warum spiele ich gegen die besten Spieler der Welt? Okay. Na, Kontroll läuft aber besser, muss ich sagen. Das ist immer der Vorteil, wenn man 2-1-4 spielen kann. Dicke. 120 auf den hier. Oh, ist perfekt. Hallo? Oh, mein Internet hat komplett gelackt. Oh, mein Internet, warte. Alles gut bei dir? Ich bin gut bei dir, ja. Pass kurz auf. Mein Internet ist komplett am Lacken. Okay, es geht, es geht, es geht. Muss ich kurz spielen. Bruder, was hitet der denn? Ich bin sauer, ne? Wirklich jetzt. Ich hab einen unten, ich hab einen unten. Nice. Ach, 2, 1. Nice Team, nice Team. Okay. Ich hab, äh, kratzlos zu mir, ich fiss uns. Ich hab 61 heute. Ach so, ob es nicht deine kommt, ne? Ach so. Mhm. Äh, die sind bei mir! Oh mein Gott, der Aura. Aber das ist schlecht. Was macht der? Hä? Hätte mich komplett fighten können. 120, 190, 190. Okay. Das andere ohne mich. Oh, pass auf, pass auf. Ja, ja, ja. Ich kann fissen. Ja, mach. Ich muss noch holen. Ich hab nichts mehr, hab nichts mehr. Jetzt sind Heels. 111. Du musst ihn jumpen. 100, 100, 100. Ey, 100 Spiel, 100 Spiel, 100 Spiel. Der hier. Nein, der finischt mich. Oh, du bist der Beste. 6, 6. Oh mein Gott, Digga. Oh, die Banane, die wird sich so gepoppt jetzt. Hm, geil. Hehehe. Schrocker ist das. Ne, das ist 200. Oh. Oh. Ich war fast Rubox. Aber das letzte Stück. Aber richtig ausgezogen bin ich fast. Lass ihn aber nicht davon einstichtern. Mhm. Äh, 20. 30. 80. Nice. Ich kann rein. Warte. Ich geh rein da einfach. 100. Der ist auch sehr low bei dir. Hinter dir, hinterher. Er cracked, er cracked. Nice. Man well? Er ist hoch. Ja. Ich hab ihn. Oh, da. Dead. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Über uns, über uns. Neuer? Da ist ein Schild, vielleicht poppt ihn einfach schnell. Kannst du mir ein bisschen Mets trocken? Ja. Nice, danke. Sind unten uns welche? Habe einen Nock? Nice. Das hier bei mir, bei mir bei mir. Mit der Box? Dead. Nice. 120 dead. Über uns sind zwei, ne? Ja, ich hab einen Nock bei mir. Willbox? Nice. Kann ich hinter dir? Ja, ich hab ihn ausgestattet. Ich kann nicht so liefen, warte, warte. Let's just leave, okay? Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay. Willbox? Spam von der Seite? Ne. Ich hab ihn nicht, Willbox. Alles gut. Oh mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice, nice. Ich hab das Frank von der Seite. Was macht er jetzt? 120. Kann ich den jumpen? Ach, wir haben beide sehr gesehen. Dead. 200. Einer ist über uns, ne? Einer drei. Ja, ist gut. 100 dead. 200. Dead. 200. 105. Nice. 160. 100. Nice, 100. Stephanie. Hmphh. Der, was macht der denn? Sehr schön. Der ist hier bei mir. Mh. Oh mein Gott! Ach, ich hab den auch geholt. Warte, hier, aus. Good, nice. Let's go! Ich weiß trotzdem nicht, wie wir das dortieren sollen, ne? Also, Gyash läuft tatsächlich noch sterben, so. 80 Prozent, ich bin nicht ganz ehrlich. Ja. I know. Also, wir... Das ist halt. Oberleg, ja? Lass einfach gehen. Mhm. Ich geh weiter, ich geh weiter, oh mein, warte, der ist solo, oder, ne, du, crack, nice, 24x White, ich hab Mets, komm zu mir, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, ich bin bei dir, ich hab auch alles, ich hab alles, okay, okay, ich wills uns gleich, kurz beenden dies, warte, hinter uns, hinter uns, ich kann nicht halten, ich hab keine Mets, ich halte, komm her, ich wills, ja, schön gang, die werden einfach, halt die, halt die, wie gesagt, ich hab keine Mets, Legi, ich hab nichts, ja, ja, ich sag an, was machen, Hast du irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, 5 Pilze oder so, wenn ich irgendwas hab? Ja, ich kann dir irgendwas jobben. Was? Ich fill's einfach und dann gehen wir, komm. Mhm. Also, ich bin, ich hab 32 Pilze, ich kann echt nichts machen, Digga. Ja. Ey, Junge, ey, dreimal hintereinander Max zu pullen, ist aber auch wieder unlustig, Digga. Ja, also, ich wurde dropped, du, du, du musst da gar nicht hin, du wirst sterben. Äh, nein, tape nicht, lass ich job oben. Die werden dich doch keen, oder? Du musst die halten, ne? Da geht dich, da geht dich. Ja, dann. Was war denn? Ich bin so sehr spät da. Okay, ich laufe, ne? Also, ich mach einen Marathonlauf jetzt zu dir. Ja, alles klar, alles gut. Der eine, der eine kommt jetzt zu mir. Er hat alles, er hat alles. Minus 30, woher jetzt? Kommt, er kommt, er kommt. Nein, Digga, er hat ne, ja, natürlich hat er ne Tag, Bro. Was bist du eigentlich für ein lahmer Arsch? Heißt Monkey Arx und monkeyht mich so spät. Also, Junge, ich brauch 5 Jahre, ne? Weil ich die ganze Zeit zurückgepackt werde, ne? Siehst du das? Ja. Bruder. Ja, die fliegt da, ne? Die sind hier hinten. Vielleicht wenn die auf Zip lang gehen, können wir die beamen. Haben die das gesehen? Nee. Okay, könntest du drinnen verstecken, wenn du willst. Warte, 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 warte. Dann rotiert er mich drum. Warte. Warte, 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 ich will kurz wissen, wo die hingehen. Die gehen gar nicht hin. Doch, vielleicht schon. Wir werden gleich fischen. Da, da, komm, komm, komm. Ich leg die Splash hin. Okay. Komm, ich geh hier hin. Er wird durchs Fenster. Er ist jetzt, er sieht die Splasher. Lass ihn durch die Tür kommen. Er hat, er hat, er hat eine andere Spoolbox, komm. Ich bin da. Der Spoolbox, der ist stuck, der ist stuck. Warte, ich lad da, ich lad da. Okay. Los, los, rein. Oder? Digga, dieses Splasher-Ding. Letztes Mal wolltest du mit dem Weg machen. Das klappt so gut, ne? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Wie man in diese Köpfe von diesen Spielern reingucken kann. Hier sind die Warns. Also der Typchen, ne? Der denkt wirklich gar nicht dran, sich irgendwo zuzubauen. Der war schon oben gerade. Er hat mich fast helft. Er hat da einen einfach. Okay. Okay, ich war vorhin mit dem Hand. Fahrst du zu mir? Bin ich zu klasse? Hä? Äh, ja. Hier. Okay, das war runter. Die kommen hinter uns? Ja, wir müssen sehen. Ich wollte nochmal snipen. Ich kann das nicht mehr, nein. Ach Digga, warum wird denn immer ... Ja, warum wird denn immer auf mich geguckt? Ich verstehe es nicht. Nee, das ist ein Sniper. Ich mag es geil gemeint. Also, ich finde das auch so geisteskranz schlimm. Es ist so leicht damit zu treffen. Stark. Der hat das Slash-Millage auch, glaube ich. Oder? Ja. Nice, 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 nice. Gut. Kannst du soo gut ausspielen, Leggy. komm, boll! Just... Ich hab keine wohne gesehen, ne? Ich hab keine wohne gesehen, jetzt. Du hast da nicht gepflegt, wenn ich das hier nicht versammelt. Ich hab keine wohne gesehen, ne? Ey, dieses Spiel, ne? Ich kann das alles nicht mehr. Es regt mich so sehr auf, ne? Der hat gesnipet, oder? Ich bin nicht mal deswegen gestorben. Ich bin gestorben, weil der Papp nicht schießt, weil die Server lag. Ich jump den ein. Nevermind, Digga. Ach Mann, Junge, ich hab keinen Bock mehr auf solche Spieler. Ich kann nicht bauen. Die Server sind so schlecht, ne? Boah, also was spiele ich hier gerade, Digga? Ich kann da auch legit, also wirklich, ne? Ich kann da echt nichts machen, Chat. Das ist so unspielbar. Es ist geisteskrank. Nein, nein, nein! Ja! Das erste Mal, Chat, mein Leben lang drauf getriertet. Ja, ich bin tot übrigens. 80? Warte, ich glaube, die Bananen kommt ja noch. Ich lebe, alles gut. Ich hab 81 getrunken. An der Seite kommen noch welche. Ja. Die sind richtig hungrig. Ich weiß nicht, wie der gesniped zum zweiten Mal. Ich hab kaum mehr Hats noch. Ich bin hier unten. Ich kann den Jumping. 340. Warte, ich komm zu dir. Oh, ne. Warte. Über mir, über mir, über mir, über mir. Ich will die ganze Zeit. 100? 80 nochmal? Nice. Muske es weiter. Warte, komm mal her. Ich job den jetzt. Warte, ich kann gerade richtig einfach unten. Ich hab ihn dreimal treten können. Wo bist du? Hier, hier. Omi. Genau hier sind die Mets. Hast du Special? Äh, ich kann hier... Ja, das ist sicher. Ja, ich hab... Hier selber selber. Hier so, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Fullbox, Fullbox. Nächster, nächster nicht. 70? Fullbox? Dead? 100? 100, 100. Dead, so, dead. Nice. Wir müssen schnell weitermachen. Stark! Alter, du bist ja voll weggeschepardt, ne? Nein, also wirklich, ich hab dir Gesalz dazu gemacht. 80, 40, zahl ich. Boah. Hehehe. Spring rein. Mhm. Ich muss... Bro, also... Hinter mir? Mach mir auch so rein. 100? Es ist 1, es ist 1, Lissi. Es wird sich weit. Oh. Ich hab ihn geblankt. Dieses Spiel macht mich wirklich fertig, ne? Hätte ich ne bessere Pampers tot. 100%ig. Also wenn du streamen möchtest, mach's. Ja, ich grüß. Ich grüß. Ich mach's, ich mach's. Ich hab echt einen God-Drop. Oh mein Gott. Jetzt darfst du aber nicht nur gut sterben. Ich geh jetzt echt fein. Ich bin voll fein. Nee, nee, nee. Ich bin voll fein. Ich will den Stryffler, glaub ich. Ein, auf mein Spiel. Der hintere. 1, 1, 1, 1. Is cracked. Hab kein Schild, ne? Wir können aber vielleicht drauf. Sollen wir die Falte? Mh, nee, nee, nee. Ich würd's nicht machen, to be honest. Also hinter uns ist eh gar nix, ne? So unser Blut ist weg. Hinter hab ich getroppt? Ja. Ja, dann müssen wir... Ich weiß nicht. Warte, ich sprain. Ja, dann... Schau mal, 11 White. Der ist White. Ich geh, glaub ich, rein. Ich geh rein auf eins. Ähm, okay. Dann... Sind beide oben. Alle. Deiner geht hoch. Bist du fein? Ja, noch. Wenn ich jetzt jetzt... Mann! Fannst du nicht? Warte, das steht nicht so offensiv. Blankt nicht. Ich will mir meine Waffen vielleicht einfach für Schaden machen. Erst draußen, erst draußen. 100? Ja, nice. Ich bin 1, ne? Ja, ist gut. Wir heilen dich gerade. 100? Noch mal 100? Nice. Bruder, die sind so low, ne? Mhm. Ich reform kurz. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich, müsse nicht... Egli, warte, das ist das gleiche. Nein, 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 nein nein, 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 nein. Das war's für heute.